ich bin wieder mal dabei und habe keine Waffe das ist der Anfang von Ende unseres Lebens ich glaube ich muss nach oben und sehr viel gestern da tropft immer noch ein Blut drunter Blut nicht mehr lang und dann machen wir mal weiter warte mal kurz die Tür ist irgendwie durch einen mysteriösen Zufall aufgegangen ja die auch nicht okay ja was ist oh mein Gott der ist groß lesen warte ich spreche dich auf und los runter 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 okay ihr könnt Pause drücken wir nicht ah boah das hat sich ja weh können boah ich muss zu sehr lachen so erstmal auf die Läuche einschlagen das wirkt oh mein Gott wieder die Toiletten an die Toiletten kann ich mich sehr gut erinnern Toiletten waren das schönste da mach sie es auf alter mach die Toilette auf fahr und warte hat sie voll verblutet und alles sauber ist klar du warst n Männerklo alter was du pervers schweine Egal wie die auszieht Es sollte das ein Zombie werden Ist doch cool Wow Natürlich in dieses Klo kommen wir nie rein Warte das ist das Frauenklo Ja der Ding Wo muss man hin, Jena Oder wo muss man hin, Jena Oh mein Gott Scheiße Lauf Ja warum gucken Hier ist aber nichts ne Warum töten die Pisser jeden Weil die irgendwas verstecken müssen Ach hier Gleich passiert irgendwas Jetzt halte ich das Handy besser fest Der sucht mich Wie kann man suchen Ja Halt machen Okay die wollen wirklich schön was zur Tusche Muss ich dann erzählen und so dass das Mindest was sich geben kann Halt, ich glaube jetzt rede ich das war's wieder recht dann unhofft, dass nichts mögliches passiert ich habe keine Waffe mit du bist die Waffe, dein größtes Problem oh scheiße, waren die da? da sind sie doch was jetzt? einfach go ähm, ich weiß nicht suchen sie sich, da liegt eine Waffe da liegt doch eine Waffe auf dem Tisch da gesagt, getan Mimition, alles Waffe da so so ach ja naja, genau naja, genau ne ich mag an diesem Spiel nicht, dass einmal kommt so gut im Moment, dann kommt so geballert das muss beides gleichzeitig kommen, das wäre dann voll geil so 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 x6 okay in einer Minute Oh, mein Gott, das Klo, geh da schnell rein na und die ein Und mal die Darm-Toilette soffern! Yay! Okay, machst du jetzt das erste? Nichts! Und... Nichts! Nur Blut! Lesen! Och, scheiße! Und mit dem Lesen können wir uns eigentlich auch verabschieden jetzt? Also wir lesen das oder nicht? Jo. Oischi! Es tut mir leid. Okay, und... Danke fürs Einschalten! Ich möchte nochmal zocken! Bis dann! Tschau!